Safe, safe, safe. Ich glaub safe. Ich sag safe. Dennis, ich sag echt, du hast alle ge... Jo Freunde, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video mit den Kollegen hier neben mir. Wir sind gerade in Berlin bei mir zu Hause und wir dachten uns, warum nicht noch eine Challenge drehen, weil Bilal letztes Mal schon gut Schläge kassiert hat und wir deshalb Dennis ein bisschen auf die Fresse hauen wollten. Wir machen das Ganze natürlich in einer Wer-bin-ich-Version mit einer neuen Version einer Bestrafung. Und zwar, schaut einfach selbst. Okay, bin ich ein Mann? Ja, ja. Ich hab kurz gefragt. Bin ich ein Antagonist? Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Kommst du aus dem aktuellen Anime? Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich mit Judas? Nein. Okay. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich aus einem Anime, der in den letzten drei Jahren lief? Ja. Hatte dieser Anime Hype? Ja. Bin ich aus deinem Shonen? Ja. Boah, ich bin krass. Pass auf. Du willst auch ja sagen, oder? Bin ich aus Boruto? Nein. Ja, oder? Der hat auch keinen Hype. Lief mein Anime in den letzten drei Jahren? Nein. Safe nicht? Safe nicht? In der Szene kenne ich mich nicht aus. In der Szene kenne ich mich nicht aus. Okay. Okay. Lass mich kurz gucken. Ich weiß, ich kenne es, dass du hier... Highschool DD. Safe. Also wenn ihr Highschool DD meint, dann lief glaube ich 2017 das letzte Mal. In den letzten drei Jahren, wenn wir es ganz genau nehmen, dann ja. Bin ich aus Highschool DD? Ja. Yeah. Ey, warte mal. Ich bin ein Mann, ne? Habt ihr gesagt? Bin ich Issei? Ja. Boah! Ihr werdet diese... Diese Faust? Diese Faust. Ich hoffe, es wird Dennis... Diese Faust wird... Dennis, ich sag echt, du hast alle ge... Nee, er ist schuld. Natur ist mal schuld. Nein. Bin ich aus dem Shonen-Anime? Ja, doch. Es ist ein Shonen-Doch, doch, doch, doch. Kenne ich den Anime Safe? Safe. Habe ich den Safe geguckt? Safe. Komme ich aus Dragon Ball? Nein. Bin ich ein Shonen-Anime? Ja. Ja. Läuft er noch? Ja, ja, ja. Ist er im Hype? Ja. 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 Gibt es jetzt ein Spiel zu diesem Anime? Ja. Ist eigentlich eine Kackfrage, weil es zu echt vielen Spielen Anime gibt. Ja. Warte mal. Andersrum. Schimmer. Ist das Spiel in den letzten zwei Jahren rausgekommen? Ja. Ja. Soweit ich weiß, ja. Doch, doch, doch. Safe. Safe. Ich glaube, safe. Ich sag's ehrlich. Ich hab mich nicht dran erinnern. Ja, Mann, Zeit mal, guck mal. Ich hab mich auch nicht dran erinnern. Nein. Nein? Ach, krass. Ja, okay. Ich sag's ehrlich. Gibt es zu meinem Anime ein Spiel? Ja. 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 Sind die Spiele beliebt? Ich war mal im Hype, aber nein. Eigentlich nicht, nein. Eigentlich weiß ich nicht. Nein. Ich sag ehrlich, es war nicht schon. Nein, safe nicht, safe nicht. Meiner ist ein älterer Anime. Ja. Komme ich aus Filme Alchemist? Ja. Bin ich Greed? Nein. Bin ich My Hero Academia? Nein. Gabst du mein Spiel denn auf der Playstation? Ja. Nicht im Hype. Bin ich aus My Hero Academia? Bin ich der Protagonistengruppe freundlich gesinnt? Ja. Boah, starke Frage, bruh. Ich hab vergessen, Deutsch-Lyriker geworden. Bruder, ich hab Faust ge*****t, Bruder. Gehör ich zu der Gruppe der UA? Ja. Bin ich ein Schüler? Nein. Ich bin ge*****t. Bin ich Protagonist? Oder geh ich zu den Protagonisten? Bin ich ein Ehremann? Ja. Bin ich Armstrong? Nein. Okay, Dennis hat mich auseinandergenommen mit der... Erzähl wieder. Ich bin im Arsch. Ich fick die Faust. Nein, was heißt im Arsch? Ich fick die Faust. Bin ich jemand aus Dragon Ball? Nein. Bin ich ein Lehrer auf der UA? Eigentlich kann ich nur einer von zwei sein, meiner Meinung nach. Ich bin entweder All Might oder der... Es war keine Frage, aber danke. Du sagst, ich bin entweder All Might. Das ist für mich eine Aussage. Oder... Aber ich hab doch Oder gesagt, Bruder. Mach nix, die Frage, dein Oder. Halt dich mal zurück, du bist doch eh nicht dran, Bruder. Ich bin der Typ mit dem Sharingan. Der mit der immer seine Augen. Ich weiß nicht, wie heißt er. Nein. Doch. Ja, Bruder, wie heißt er? Wie er so... Es gibt ja nur die mit den fetten Titten, Bruder. Ich krieg Schläge, ich bin nicht mal schuld. Ich krieg Schläge. Okay. Sterbe ich? Nein. Boah, Digger. Ich hab die Frage, ich hab die Anime echt lange nicht geguckt, Bruder. Keine Ahnung. Also eigentlich müssen wir deine Schlagen für zweimal spoilern, oder? Was hab ich denn gespoilert? Für der All Might? Oder der... Bruder, du hast mir unnormal geholfen. Ja, weil doch jetzt... Warte. Du hast ja auch gespoilert. Ich sag's so, das ist kein Tipp. Aber wenn du es errätst, den Anime errätst, du wirst sagen, Bruder, wie dumm ich bin. Aber Brutus nicht im Heim, ich hab ihn nach Heim gefragt. Ich nicht. Ein Tipp, du weißt sogar, dass dieses Spiel existiert. Ich lebe noch. Auch am Ende, wenn der Anime zu Ende ist, lebe ich. Roy Master? Ja. Wer bin ich? Wer war ich? Du bist Erwin, du bist... Du bist Erwin. Du bist Erwin. Erwin, du bist... Erwin. Nein, Alter. Von Attack on Titan. Also Freunde, Bilal kriegt Schläge. Also hat sich nichts verändert zur letzten Episode. Okay Freunde, wir wechseln zur Bestrafung. Ich gehe jetzt los mit der Challenge, also mit der Bestrafung. Dennis, heute ist Bilal K.O. Ich will mich lieber zu Hause an. Hast du in die Hose geschissen, Karte? Ja. Vielleicht hat man den sogar hier draufgehört. Bruder, guck mal meine Arme, dir kann nichts passieren, Bruder. Hat mein Vater auch gesagt, ja. Nein, das ist halt bei uns. Du hast für den Supershow, Bruder. Diese Bestellungen, die du nicht zurückgelegt hast. Hat nicht will, ne? Nein, aber gut. Hat aber echt nicht will, ne? Soll ich lügen oder soll ich... Nein, ehrlich? Nein, war richtig scheiße. Ja, ne? Also du kannst es aufschlagen. Ich hab sogar mehr Schmerz gehabt, weil ich so heftig geschlagen habe. Bruder, mach das lieber ein bisschen hoch. Oder sonst schlägt er dir noch auf den Unternehmens. Das tut ein bisschen mehr weh. Ah, ich hab mir selber wehgetan. Okay. Jetzt war ich die gewohnt. Jetzt kommt dein L. Komm mal rausgehauen bei mir. Cool, und der macht die Wand kaputt, Bruder. Oh, los geht's. Seid ihr bereit für Teamarbeit? Bruder, ich halte ihn auf. Du kommst mit auf, ist es halt, Digga. Du musst ihm das Mikro füllen. Ich halte ihn auf, Digga. Ich markiere die Stelle, ne? Ich war nicht so, glaub ich, wie heute, Alter. Ich gebe jedenfalls eben rüber. Was hat das denn? Nein. Ohohohoho. Da, 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 da. Ah. Warte, ich will auch geschlagen werden. Ich mach ne Kostprobe für dich. Weil Daniel in fünf Wochen hinteren schlagt. Ohohohoho. Ohohohoho. Boah, Solaplexus. Nein, ich bin noch gerne Fussi. Guck, ich bin noch gerne Fussi. Was ich jetzt nicht wusste, er war mal Boxer. Deswegen konnten wir so explodieren, die Jungs. Er hat das beste Beispiel gesehen, was passieren kann. Ohohohoho. Und dabei hat er nicht mehr verloren. Also, drei Geist, ähm, abonniert diesen Kanal. Folgt Tabib, lebt mir auf Twitch. Und Kaito Cool. Mir aber nicht. Unser Tut. Mir nicht. Ja, Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn's wieder heißt, euer Megurek. Euer Herr Newstime. Bye. Bis zum nächsten Mal.